Ich kenne eigentlich so gut wie niemanden, der von einem Regenbogen nicht irgendwie emotional berührt wird, wenn er ihn sieht. Der Regenbogen berührt uns. Viele wissen noch, dass es eigentlich ein Zeichen der Treue Gottes ist. Nach der Sintflut, so lesen wir in den Urgeschichten, hat Gott den Regenbogen an das Firmoment gestellt, als Zeichen seiner Treue, dass Saat und Ernte, Sommer und Hitze, Tag und Nacht nicht aufhören werden unter der Treue des Schöpfers, des Erhalters des Lebens. So kommt das, dass die Begegnung mit einem Regenbogen vielen Menschen schlicht und ergreifend Hoffnung macht. Und wir wollen uns heute über Hoffnung unterhalten. Zum Hoffen anstiften, nach 1. Petrus 3, Vers 15, passend dazu habe ich auch die Krawatte ausgewählt, denn grün ist ja das Zeichen der Hoffnung. Mitten in dieser Coronavirus-Krise, die uns wirklich an den Rand unserer Hoffnung bringen kann, ja, die uns von Ängsten und Sorgen überwältigt werden lassen kann, wollen wir über Hoffnung nachdenken. Was ist die Hoffnung, die wir haben als Christen, als Menschen, die an Jesus Christus glauben, sich ihm anvertraut haben? Und wie können wir mit dieser Hoffnung Hoffnung anstiften? Es gibt ja so einen Domino-Effekt, dass man so die Dominosteine aufgereiht hat und dann kippt einer und die ganze Reihe kippt. Und so kann man durch negatives Reden und hoffnungsloses Hochrechnen sehr viel Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Sorge und Angst verbreiten. Und jeder trägt es weiter. Oder man kann den gleichen Effekt wählen und zur Hoffnung anstiften und Hoffnung weitergeben. Und dann jemand anders, der das aufnimmt, steckt wieder jemand anders mit Hoffnung an. Das ist wie so eine ansteckende Gesundheit. Darum soll es heute gehen. Da lesen wir im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass Glauben und Hoffen im Rahmen des christlichen Verständnisses nicht ein theoretischer Ansatz ist. Da geht es nicht darum, dass wir etwas für wahr halten, dass wir ein Gedankensystem unterstützen und bejahen. Da geht es nicht darum, dass wir philosophisch oder gedanklich etwas durchdringen und deswegen dazu stehen. Das ist auch ein wichtiger Teil des christlichen Glaubens. Aber viel wichtiger ist, dass Glauben und Hoffen Beziehungsbegriffe sind. Beim Glauben geht es um Vertrauen zu einer Person, nämlich zu der Person des auferstandenen, gekreuzigten Jesus Christus. Genauso geht es bei der Hoffnung um Jesus Christus. Die christliche Hoffnung, die wir haben, ist nicht ein Gedankengebäude über die Zukunft, sondern ist die Hoffnung auf den gegenwärtigen, auferstandenen, gekreuzigten Jesus, der Himmel und Erde miteinander verbindet, der die Kontinuität ist in unserem irdischen Leben und in unserem ewigen Leben, der, der den Weg freigemacht hat durch das Kreuz und die Auferstehung, dass wir mit ihm verbunden leben können in den Rahmenbedingungen der gefallenen Schöpfung, mit der Hoffnung auf die Ewigkeit und in der Tatkraft des Glaubens und der Hoffnung. Wir haben das in den letzten Tagen schon einmal gesagt, wer sich auf Gottes Himmel freut, der darf auf seiner Erde nicht fehlen. In der Menschheitsgeschichte, in der Kirchengeschichte, war es immer wieder so, dass Christen, entschiedene Christen, ernsthafte Christen, hingegebene Christen, zu Bollwerken der Hoffnung wurden. Zum Beispiel zu Zeiten der Pest in Europa, etliche Jahrhunderte her, da haben die Mönche und Nonnen die Pestkranken gepflegt, haben sich ihrer erbarmt mit ihren Pestbeulen und Pestschwielen, die sie zum Tod geführt haben und haben sie gepflegt, haben sie versorgt in dem Wissen, dass sie sich dabei anstecken und selber sterben werden. Das ist ein ganz deutliches Zeichen der Hoffnung auf den gegenwärtigen Christus und das ewige Leben, dass es etwas gibt, was Himmel und Erde verbindet. Und das ist die Person des gegenwärtigen, auferstandenen Jesus. Und so hat es in der ganzen Weltgeschichte bei entschiedenen Christen immer folgenden Zusammenhang gegeben. Der Glaube an Christus, das personelle Vertrauen auf ihn, das Hoffen auf ihn, den Gegenwärtigen, hat immer dazu geführt, dass Soziales dabei rauskam, dass Hilfeleistung dabei rauskam, dass Fürsorge dabei rauskam. Nicht als philosophisches Prinzip oder als humanistischer Ansatz, sondern als Konsequenz aus der Tatsache, dass Gott den anderen liebt, dass Gott den anderen versorgt und dass ich dazu einen Beitrag leisten darf. So sind überall auf der Welt, wo die christlichen Missionare hingekommen sind, Krankenhäuser entstanden, Kindergärten, Pflegeheime, es wurden Brunnen gebohrt, es wurden Felder bestellt, es gab Hilfe zur Selbsthilfe. Das hat einen Grund. Der Grund liegt in der Person Jesu Christi. Unsere Hoffnung hat einen Namen. Das ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der hier und jetzt gegenwärtig aus dem Himmel Einfluss nehmen will auf die Erde, durch uns hindurch, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist unsere Hoffnung. Und jetzt in dieser Coronavirus-Krisenzeit haben wir vielfältige Gelegenheit, das zu zeigen, an den Tag zu legen, einfach mitzuhelfen, anzupacken, wie wir gestern gesagt haben und dann zu sehen, dass Menschen danach fragen, warum wir nicht kopflos sind, warum wir nicht voller Sorgen uns abwenden, in unserer Angst uns zurückziehen. Wer Christus folgt und vertraut, hat immer Grund zu hoffen. Und deswegen werden wir immer einen Ansatz finden, zu helfen und zu handeln. Wir vertrauen dem gegenwärtigen Christus und wir hoffen auf den gegenwärtigen Christus, der uns in alle Ewigkeit begleitet. Das ist die Hoffnung, die ausstrahlt. Und unser Vater im Himmel, danke für das Zeichen des Regenbogens, was uns immer wieder ermutigt, auch erfreut, weil es einfach so wunderschön ist, wenn sich die Spektalfarben im Sonnenlicht, in den Tropfen, die am Himmel noch sind, vom Gewitter, so deutlich zeigen. Danke für die Erinnerung an deine Treue. Und jetzt bitte ich dich, Herr, dass du uns zu solchen Leuten machst, heute und in den kommenden Tagen und Wochen, die sich vielleicht noch dramatisch zuspitzen werden, dass wir solche Leute bleiben, die auf dich hoffen, die wegen dir handeln und die deswegen gefragt werden nach ihrer Hoffnung. Hilf uns, ein mutiges, ein ehrliches, ein klares Bekenntnis zu dir zu sagen, ohne uns zu schämen, weil wir wissen, dass du der Grund unserer Hoffnung bist, Herr Jesus Christus. Amen. Es gibt triftige und bewährte Gründe zu hoffen. Auch das haben wir heute wieder gespürt. Gott segne dich und setze dich zum Segen. Amen. Amen. Vielen Dank.